Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge und heute geht es hier wirklich straight um Business, um einen wirklich wichtigen Business-Schritt. Das heißt, wenn du eine Business-Spirit-Lady bist, die ihr Business jetzt klar und sinnvoll starten möchte, dann bleib einfach dran. Wenn du das nicht bist und dieses Thema dich heute nicht interessiert, dann interessieren dich vielleicht die nächsten Podcast-Folgen wieder, aber dann kannst du heute hier abschalten. Denn ich berichte heute über den Kunden-Avatar, über deinen Traumkunden, über deinen Wunschkunden, warum der so wichtig ist und was wichtige Schritte sind, wenn du dir einen Kunden-Avatar erstellst. Das alles ist heute exklusives Wissen aus dem Business-Spirit-Circle, aus meinem Coaching-Programm, was ich heute hier mit dir teile, von Herzen teile. Das Besondere an der Definition deines Wunschkunden im Business-Spirit-Circle ist nämlich auch die energetische Verbindung mit deinem Wunschkunden. Darauf gehen wir ein und auf noch vieles, vieles mehr. Und ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge heute wieder einen Schritt weiterhilft. Und du hast es wieder mal in der Headline gelesen. Raube dir nicht selbst die Energie. Definiere deinen Traumkunden. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast, dein Leben, dein Herz und dein Weg. Dein Podcast für mehr Bewusstsein und Wissen. Ich werde dir alles mit an die Hand geben, was du brauchst, um wirklich wachsam durchs Leben zu wandeln. Mein Name ist Franziska Störer und los geht's. Viel Spaß in dieser Folge. Ich war jetzt auf einem Workshop, wo es darum ging, das eigene Business zu verfilmen, mehr Videos zu machen. Videos zu machen ist natürlich in der heutigen Zeit, wo Bild- und Videomaterial immer wichtiger wird und zu den beliebtesten Tools und Möglichkeiten zählt, Wissen zu vermitteln und natürlich auch Kunden zu gewinnen und Vertrauen aufzubauen, Expertise zu zeigen. Und dass auf diesem Workshop so viele verschiedene Menschen saßen, die unterschiedlichste Business-Vorhaben haben, war total toll, bunt gemischt und auch da ist mir wieder aufgefallen, selbst wenn du allein ein Video drehen möchtest und immer wieder sind die Menschen dahin zurückgekommen, auch auf diesem Workshop, du musst deinen, ich stelle mal müssen hier in Klammern, ja, wir sind, ja, wir kreieren aus unserem Herz heraus, doch wir sollten im Herzen wissen und verstehen, warum das so wichtig ist, einen eigenen Kunden-Avatar zu erstellen und selbst wenn du ein Video machst oder dein Produkt entwickelst und deine Dienstleistung entwickelst, deine Idee weiterentwickelst, solltest du dich auch immer wieder mit deinem Kunden-Avatar, mit deinem Kunden, den du dir wünschst, mit deinem Traumkunden auseinandersetzen. Und wie versprochen, ich gebe dir heute einen Einblick in den Business Spirit Circle. Warum es denn so wichtig ist, deinen Kunden-Avatar zu definieren, aber auch, welche Schritte wichtig sind, wie du das machst. Und wir legen auch viel Wert in diesem Business Spirit Circle auf die energetische Verbindung, auf die Herzensverbindung, auf die Kohärenz von Verstand und Herz. Denn wenn du wirklich vom Verstand her weißt, warum das so ist und dass du dich gut dabei fühlen solltest, ja, und dass am Ende bei einem guten Gefühl die Arbeit viel effizienter ist, du mit deinem Kunden dich viel besser verbinden kannst. Und deswegen ist es so wichtig, das auch in Kohärenz zu bringen. Und deswegen arbeiten wir da auch energetisch und beantworten die Frage, warum überhaupt? Ich hatte letztens ein Live und da habe ich auch das in meiner Gruppe schon mal erwähnt, mit Spirit erfüllt der Unternehmerin sein, heißt die Gruppe, bei Facebook. Und da kam tatsächlich ein Kommentar, A, es ist gut zu wissen, dass es überhaupt einen Kunden-Avatar gibt. Und da wir als Menschen Zahlen lieben, möchte ich dir hier noch ein Beispiel geben, was Wirklichkeit ist und was Zahlen liefert, wo der Wunschkunde eine extreme Rolle gespielt hat. Ich hatte im, ich glaube es war März, April, einen Kunden, den ich gecoacht habe, den ich bekleidet habe. Und lange, lange, lange hat diese Person sich so ein bisschen dagegen gewehrt oder ist so immer wieder ein bisschen drumrum geschludert und hat das nicht so ernst genommen, dass ich immer und immer wieder gesagt habe, definiere deinen Wunschkunden. Hier hast du die Anleitung, wir machen das gemeinsam. Es sind wirklich fast anderthalb Monate ins Land gegangen, wo nichts passiert ist, wo er nicht vorangekommen ist und nur an seinem Produkt geschraubt hat, bis er wirklich verstanden hat, okay, ich komme hier nicht weiter, dass er da noch anderthalb Monate rumgedümpelt ist. Dieses Learning musste er machen. Und als er verstanden hat, dass es so wichtig ist, den Kunden-Avatar, den Traumkunden zu definieren, um überhaupt den Kunden ansprechen zu können, haben wir uns herangesetzt und er hat am Ende einen Wunschkunden gehabt, den er ansprechen konnte. Und hier kommt noch die Zahl. Innerhalb von fünf Wochen, beginnend von Woche eins, hat er Umsatz gemacht, hat er Geld verdient. Er hat in der fünften Woche schon 8.000 Euro Umsatz gemacht, nur weil er klar definiert hat, an wem das Ganze gerichtet ist. Und das ist ein Beispiel, was unheimlich zeigt, dass es so, so wichtig für deine eigene Klarheit ist und für die Klarheit für den Kunden. Du musst dem Kunden die Möglichkeit geben, sich mit dir zu verbinden, dich zu verstehen und sich damit auch identifizieren zu können. Und all diese Erfahrungen jetzt auf dem Workshop oder aber auch in dieser Kommentar in der Gruppe, zeigt mir, dass es so wichtig ist, dass ich euch das hier zeige und auch mitgebe. Denn auch mir wurde nicht geholfen, in meinem Business-Start vor 2015, das wirklich so genau zu definieren. Und es wurde immer nur so, ja, definiere deinen Wunschkunden, deinen Traumkunden. Okay, ja, dann stand man da und dachte sich, okay, ja, wie? Mach das so halbherzig und dann, ja, am Ende weißt du trotzdem nicht, für wen du dein Produkt anbietest. Ja, und das ist alles so ein Kreislauf. Ein Business Spirit Circle, warum ich dieses Programm auch so genannt habe. Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt mal zum Kunden-Avatar. Egal, was du tust, ob du eine Website planst, ob du einen Post planst, ob du eine Idee ausarbeitest, ob du ein Programm ausarbeitest, du möchtest deinen Kunden begeistern, du möchtest dich mit ihm verbinden, du möchtest ihm aber auch die Möglichkeit geben, sich mit dir zu verbinden. Das ist ein Zusammenspiel zwischen dir und deinem Kunden. Und hier ist es wichtig, egal was du tust, die Definition deines idealen Wunschkunden. Hierbei wird so ein super genaues Profil, eine Fantasie-Person angelegt. Und diese steht anschließend für deine gesamte Zielgruppe. Ja, umso genauer du deinen Kunden definierst, umso genauer und gezielter fühlen sich auch die Menschen angesprochen. Umso klarer fühlen sich die Menschen angesprochen, deine Kunden angesprochen. Und hier an dem Punkt ein kurzer Hinweis. Es ist hilfreich, wenn du dein Angebot so klar und so einfach wie möglich definierst. Ja, weil niemand wird dir glauben, dass du ein Spezialist in allem bist. Niemand wird dir abnehmen, dass du Expertin auf allen Gebieten bist, die du anbietest. Mach eine Form, eine Spitze, mit der du rausgehst. Es ist am Anfang schwierig, aber dabei helfe ich auch im Spirit Circle. Aber es ist ja schon logisch. Umso genauer du das in der Spitze ausformst, geh eben mit einer Spitze auf den Markt. Umso genauer kann auch dein Kunde sagen, ah, okay, das ist das, sie macht das und dabei hilft sie mir, mein Problem zu lösen. Cool, ihr folge ich. Das finde ich interessant. Und das ist dann vielleicht genau dein Kunde. Alles andere, was du vielleicht noch in Form von einem Bauchladen anbietest, das ist so schwammig, dass du genauso auch schwammige Kunden erhältst. Du merkst, du verstehst, was ich meine. Genau, und wenn du deinen Kunden genau definierst und wirklich mit einer Spitze rausgehst, dann wirst du dort schon als Expertin wahrgenommen. Ja, und durch diesen Expertenstatus und wie dein Umfeld dich dann auch wahrnimmt, wirst du auch vorbehaltlos weiterempfohlen, weil ganz klar eine einfache Message ganz klar einfach weiterempfohlen werden kann. Und jetzt erst mal, wie du deinen Kunden definierst. Also da machen wir erst mal so die Sachen, das Alter, Name, Beruf, die Wünsche und noch vieles mehr, was diese Person zu einer authentischen Person macht. Und was du auch beachten solltest, dein Kunde sollte ein Problem haben, eine Situation haben, in der du ihm helfen kannst. Und indem du das definierst, kannst du auch wieder am Ende deine Videos, deine Posts, dein Angebot ganz klar ausformulieren. Ja, und warum ist es so hilfreich, den Kunden, deinen idealen Kunden zu kennen? Ja, sobald du deinen Kunden definiert hast, weißt du ganz genau, auf meiner Website kann ich den so ansprechen und mein Angebot so platzieren. Und egal, welche Frage aufkommt von deinem Kunden, du hast dich darauf schon vorbereitet. Denn wenn du deinen Kunden definierst, beschäftigst du dich auch mit solchen Fragen, wie zum Beispiel, welche Fragen hat mein Kunde dazu? Ja, du überlegst dir auch, möchte mein Kunde vielleicht gesiezt werden? Welche Informationen braucht mein Kunde noch? Von welcher Marke fühlt er sich im Allgemeinen angezogen? Ist mein Kunde eher alternativ oder eher sehr fortschrittlich? Ist er sehr bequem oder hat er einen tiefen Schmerzpunkt, wo er endlich raus will, all über diese Sachen machst du dir Gedanken und weißt genau, wie du ihn ansprechen musst am Ende. Und du überlegst auch, was macht dein Kunde beruflich? Wie viel Geld verdient er? Ja, wie viel hat er vielleicht auf der hohen Kante? Denn auch finanzielles, energetische Verbindung ist hier wichtig. Denn wir ziehen immer genau das an, was wir selbst gerade an Situationen oder Problemen haben. Und wenn ich jetzt denke, ich bin nicht viel wert, ja, dann ziehe ich Kunden an, die meinen Wert nicht schätzen. Oder wenn ich sage, ich habe ein krass wertvolles Produkt hier und das ist genau das und das wert und mein Kunde hat auch das Geld dafür. Ja, Finanzen sind ein krasses Thema für uns. Auch wenn wir aus dem Herzen kreieren. Genauso definierst du dir dann, wo, auf welcher Plattform ist vielleicht dein Kunde unterwegs? Ist der vielleicht auf Facebook oder ist der ganz woanders unterwegs? Ja, umso genauer du das machst, umso klarer wirst du für dich. Und ich erzähle das immer wieder. Umso klarer du wirst, umso klarer wird dein Gegenüber. Und umso einfacher könnt ihr dann aber auch zusammenfinden. Frage dich wirklich bei allem, was du tust. Und diese Fragen beantworte ich zum Beispiel auch jetzt schon in meiner Gruppe, die ich eben erwähnt habe. Welche Fragen hat mein Kunde dazu? Interessiert den das wirklich? Mag der das, was ich anbiete? Und hilft das Hans-Peter wirklich weiter, wenn er jetzt diese Lösung bekommt? Ja, und zuletzt die wichtigste Frage. Entspricht das mir? Bleibe ich mir treu, wenn ich das jetzt tue? Egal was. Wenn du diese Fragen mit einem klaren Ja oder Nein beantworten kannst und deinen Kunden-Avatar, deinen Traumkunden ausarbeitet hast, ja, schaust du ihren an und kannst das mit Ja oder Nein beantworten, dann leg los oder lass es direkt sein. Oder korrigier das einfach nochmal. Und die Vorteile, die dir einfach auch noch dein Avatar bringt, ist wirklich eine spezifische und verbesserte Produktentwicklung und Beschreibung deines Produkts. Du hast mehr qualifizierte Interessenten und sogar kostengünstige Interessenten. Interessenten, die kaum überzeugt werden müssen, weil die sind ja schon ganz klar deine Kunden. Ja, weil du auch selbst klar aufgestellt bist. Und du hast glückliche, zufriedene Kunden, die sich selten beschweren, ja, und Interessenten, mit denen du leicht und gerne Geld verdienst. Und da spielen auch Gefühle und Emotionen eine ganz große Rolle. Und da bestimmst du zum Beispiel auch, welcher Emotionstyp ist mein Kunde. Ist er eher vernünftig, präzise, genügsam oder ist er eher ordentlich, konstant, bescheiden oder hat er Ehrgeiz, Erfolg und Status in seiner Persönlichkeit oder ist er auch offen für Neues oder strebt nur nach seinen eigenen Vorteilen, was ja auch gut ist oder sucht er einfach nur nach praktischen Lösungen. Du siehst also, einfach mal eben so einen Kunden-Avatar zu erstellen, ist nicht so mal in zehn Minuten erledigt, aber es ist eine essentielle Sache, das für dein Business zu tun. Es spart dir am Ende wirklich 50% Energie, um doppelt so schnell erfolgreich oder voranzukommen in deinem Business. Du machst es dir einfacher, weil du klar bist und du machst es dem Kunden auch einfacher, weil du klar aufgestellt bist. Ganz einfache Kiste. Weil das aber so vielen nicht bewusst ist, mache ich diese Podcast-Folge heute hier. Ja, und wenn du dich mit deinen Kunden auch energetisch verbinden möchtest, dann frag dich auch für deine Klarheit zum Beispiel. Welche Energie möchtest du anziehen? Mit wem möchtest du wirklich zusammenarbeiten? Ja, oder bist du stabil in dem, was du dir wünschst und umsetzen willst? Ja, oder bist du selber der Mensch, mit dem du gerne zusammenarbeiten möchtest? Alles diese Fragen und noch viel mehr bekommst du auch im Business Spirit Circle, im Coaching-Programm mit mir. Ja, denn es ist einfach so, so wichtig, auch das nicht alleine zu machen. Ich stand damals alleine da und das war für mich ein großer Learning Weg bis dahin, um das für mich so klar zu definieren. Ja, du bist eine Business Lady, du hast Spiritualität und Bewusstsein, du stehst kurz davor, innerlich wirklich zu platzen oder du hast einen Riesenwunsch, dich endlich da draußen zu zeigen, weil du genau weißt, dass du anderen Menschen helfen kannst. Dass das, was du tust, andere Menschen wieder weiterbringt. Ja, und dass das dich erfüllt, was du da tun möchtest. Aber du weißt noch nicht genau wie. Und du möchtest jetzt endlich diese ganze Informationsflut links und rechts mal beiseite lassen und dich auf einen Menschen konzentrieren, auf ein Vorbild konzentrieren und dich wirklich nur noch auf dich konzentrieren. Denn du weißt, dass du was Gutes kannst in dieser Welt und dass du wertvoll bist. Du bist dir bloß noch nicht so ganz sicher, wie du das Ganze angehen sollst. Und du bist auch bereit dafür, Zeit zu investieren. In dich zu investieren. Egal was, Zeit, Geld, Kommunikation, Austausch. All das sind Investitionen, wenn du dein Business starten möchtest. Und wenn du so eine Frau bist, dann bist du meine Kundin zum Beispiel. Das Leben ist ein ewiger Fluss, also lebe und es fließt in deinem Fluss. Tu also nur Dinge, die dir entsprechen. Arbeite nur mit Kunden, die dir entsprechen. Und du wirst ein Business haben, was dich erfüllt. Ja. Herz, Verstand und Business in Kohärenz, das ist es, was dich zu deinem Erfolg trägt. Trägt. Tragen. Denn alles, was du mühselig tun musst und alles, was dir nicht entspricht, genauso wie der Kunde, genauso wie dein Programm oder deine Idee, die du entwickelst, das wird nicht erfolgreich werden. Und genauso Herz, Verstand und Business in Kohärenz. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat deinen Verstand beruhigt mit dem Warum und hat dein Herz beruhigt, indem es weiß, du brauchst dich wirklich nur mit dem auseinanderzusetzen, was dir entspricht, deinem Kunden, deine Idee, dein Business. Und das ist das am Ende, was dich erfüllt. Und die Resultate daraus können zum Beispiel sein, dass du daraus ein erfolgreiches Business machst. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir einen wundervollen Einblick gegeben, warum es so wichtig ist, einen Kunden-Avatar zu definieren. Wenn du Interesse hast, dann melde dich einfach bei mir für den Business Spirit Circle, ein Programm, was zwei Monate geht und komm in meine kostenlose Facebook-Gruppe mit Spirit erfüllte Unternehmerin sein. Wenn du diese Podcast-Folge hilfreich fandest, freue ich mich auch darüber, wenn du ein Daumen hoch da lässt, ein Herz hin da lässt und sogar vielleicht diese Podcast-Folge teilst. Und wie immer wünsche ich dir an dieser Stelle von Herzen pure Entfaltung für dich. Deine Franziska Deine Franziska Deine Franziska Deine Franziska Deine Franziska Vielen Dank.